Wir reparieren hier mal ein Filet. Wir haben hier ein schönes Kalbsfilet. Das schneide ich jetzt hier mal vorsichtig an der Kette ein. Ich schneide hier oben ein und hole jetzt hier das dicke Fett raus. Da braucht ihr nicht wegzuschmeißen. Hier noch die Filetkette. Ich schließe jetzt hier ab. Man kann jetzt hier die restliche Haut von Fülle wunderbar abziehen. Auch an der Seite. Auch hier die restliche Ecke Fett. Das nehme ich mir jetzt hier ein bisschen raus. Auch hier an die Seite. Das kann ich an der anderen Seite. Wie gesagt, nicht wegschmeißen. Das körnige Fett schneide ich jetzt direkt hier klein. Und das werde ich mir gleich schön in der Pfanne auslassen und unsere Filetsteaks da drin braten. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier kleine Sehnchen, Häutchen, Silberhäutchen abziehen. Dazu einfach mit dem Messer unter die Haut fahren. Und schön vorsichtig abziehen, damit wir die Haut entfernt haben. Jetzt geht die hier noch so ein bisschen rein. Da können wir auch nochmal nachgehen. Und dann haben wir das Filet eigentlich schon pariert. Ja, und ich kann jetzt auf der Innenseite nochmal gucken. Hier vielleicht noch ein bisschen das Fett mit weg. Auch noch an der Seite. Und dann haben wir das Filet eigentlich schon grob pariert. Das bisschen Fett hier kann durch dranbleiben. Ihr wisst ja, Fett ist not bad. Fett ist ein Geschmacksträger. Ja, und ja, jetzt können wir hier eigentlich schon losportionieren. Der Filetkopf, ihr seht, hier sind noch zwei kleine Läppchen anhaftend. Die müssen wir nicht separat abschneiden, sondern die hole ich jetzt nochmal. Beziehungsweise ich knote sie zusammen. Wer jetzt den Meet Mandy Session 1 gesehen hat, den Schweinebauch, der weiß Bescheid, was jetzt kommt. Ein Knoten rechts herum, ein Knoten links herum. Und schon könnt ihr hier schön fixieren, das Fleisch festzogen. Noch eine kleine Schlaufe drum. Die abschneiden. Jetzt kann ich das Filet hier richtig schön, das Fleisch zusammen zucken. Schlaufe rein, abschneiden. So, und jetzt kann ich das Filet hier richtig schön, richtig schöne Steaks schneiden hier. Herrlich. Ohne viel Abschnitte. Ja, kann ich jetzt hier richtig schön durchportionieren. Hab jetzt hier richtig schön vier Steaks auf Niveau. Ja, könnt ihr jetzt hier noch eins abschneiden. Aber ich lass mir hier die Spitze übrig. Die könnt ihr jetzt zum Beispiel den ganzen garen. Aber ich schneide mir jetzt hier direkt ein geschnetzeltes, weil ich morgen ein Züricher geschnetzeltes machen möchte. Und dazu schneide ich mir jetzt hier schöne Streifen. Das tue ich mir an die Seite. Ich werde gleich schon mal ein bisschen schön vormarinieren. So, dann haben wir das aufverarbeitet. Die Steaks tue ich mal an die Seite. So, die Filetkette, die wir von abgezogen haben, seht ihr ja hier. Ja, die müsst ihr auch natürlich nicht wegschmeißen. Ihr könnt jetzt halt hiervon noch einen Soßenansatz machen. Mit dem Mini-Bewicht hier an Abschnitten. Ja, könnt ihr euch noch eine Jü ansetzen. Was wir aber heute machen oder ich viel mehr mache, ist, ich nehme jetzt hier nur noch die dicke Sehne ein bisschen weg. Jetzt gehe ich auch da drunter, schneide die vorsichtig ab. So, tue die mit zu dem Parieren. Ja, und dann will ich mir hier noch einen schönen Spieß von machen. Ich werde das Fleisch hier schön, ich sag mal, schlangenförmig aufspießen. Dann haben wir hier auch noch einen schönen Spieß. Wie gesagt, habt hier keine Angst, da kann ruhig ein bisschen Fett dran bleiben. Das Fleisch wird butterzart sein. Und hier habt ihr noch einen schönen Spieß für die Pfanne oder den Grill. Ja, fassen wir doch mal zusammen. Also ich habe hier ein schönes Geschnitzeltes vom Feinsten. Ich habe hier vier Steaks. Ich habe zwei schöne Spieße. Wirklich nur ein Hähnchen voll an Abschnitten. Wie gesagt, das dicke Fett werde ich mir gleich in der Pfanne auslassen. Und da drin schön die Steaks braten. Ja, und somit habt ihr euer Filet bestmöglich verwertet. Ja, und somit habt ihr auch noch einen schönen Spieße. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018